Die Vonovia-Aktie steht aktuell bei 15 Euro irgendwas, bei 16 Euro irgendwas. Und wir haben ein Anlagevermögen von 60 Milliarden und der aktuelle Konzern ist gerade mal 17 Milliarden Euro wert. Dementsprechend ist es eigentlich ein simpler Buy. Natürlich gibt es Risiken, wie dass halt sehr, sehr viele Immobilien davon renoviert werden müssen. Aber normalerweise würde ich sagen, es ist ein relativ guter Schnepper. Und ich würde jedem empfehlen, mal Vonovia ein bisschen im Auge zu behalten. Die Aktie ist halt sehr, sehr belastet durch hohe Verschuldung natürlich. Aber auch durch, ich sag mal, die neuesten Entscheidungen der Politik, dass halt die ganzen Häuser aufgewertet werden müssen und so weiter. Und da stellt halt so ein riesen Immobilienkonzern vor große Risiken. Aber ja, was seid ihr von der Aktie und habt ihr sie schon gekauft oder auf der Watchlist?